Hallo, hier ist wieder euer innerer Schweinehund aus Altena. Heute bin ich bei Violetta bei der Miss Universum zu Hause. Naja, das nenne ich mal einen Obstgarten. Meine Fresse! Wo ist denn die Frau? Vio! Hallo Vio, wie geht es dir? Gut. Sag mal, du ernährst dich ja echt gesund. Ja. Oh, echt beeindruckend hier. Da gehe ich doch mal gucken. Jo, jo, jo. Du hast ja mal Kugelstoßen gemacht. Ja. Das ist viel. Was isst du denn heute noch? Heute esse ich noch Salat. Salat? Ja. Du bist ja jetzt in Vorbereitung für die WM. Ja. Läuft so gut? Ja, die läuft bis jetzt ganz gut. Glaubst du aber selber nicht? Ach doch, das wird schon. 20 Kilo noch und dann geht das. Das ist ganz schön viel Deko, oder? Das ist die Natur-Bio-Bombe. Was ist denn das? Natur-Bio-Bombe ist das. Ich weiß immer noch nicht, was das ist. Ich weiß immer noch nicht, was das ist. Petersilie. Ach so. Ja. Gut zum Entbessern. Das ist noch so ein hässliches Kind. Darfst du hier wohnen? Ja. Außer weisen. Das ist Virus-Stecher. Und das ist ihr Entlafter. So Leute, das war mal aus dem Privatleben von Violetta. Soll ich euch mal das Wohnzimmer zeigen? Nein. Nein, das war nicht. So jetzt guck ich mal. Der Typ ist in den Nuss.